hallo und willkommen zu diesem kurzen update hier mal der schrank in seiner gänze wie er geworden ist das war mal nachtschränke also das hier und das hier das waren eigentlich mal die nachtschränke wo ich eingezogen bin auf diesem schrank obendrauf waren diese teile da oben wo die video drin steht die waren da oben drauf montiert da muss ich einfach zwei schrauben lösen da habe ich mir hat gedacht dann stelle ich das halt oben drauf macht die video da rein und die xbox wann obendrauf aus dem regalen die da drin waren habe ich hier dieses zwischenteil gemacht man sieht das hier auch diese fuge wenn man weiter weg sitzt sieht man das nicht so sehr das habe ich mit mit klebeband hinten fixiert und dann einfach dazwischen geklemmt der vorteil ist warum ich das nicht richtig montiert mit schrauben oder so dann kann ich halt immer wenn irgendwas ist dann kann ich das abnehmen weil dahinter die kabel sind und etwaige dinge machen ohne gleich schrauben zu lösen oder sonst solche sachen und wenn ich das gerade hingestellt hätte ich immer noch die lücke gesehen deswegen ist das hier schräg damit ich hier nicht eine lücke sehe und die kabel dahinter das stört mich immer besonders deswegen habe ich hier sogar so ein tuch davor gehängt damit ich zumindest an dieser stelle nicht die kabel dahin ich mag dieses dieses kabel gewirre nicht deswegen finde ich das gut dass sie auch eine rückwand ist wenn das jetzt ein offenes regal wäre dann würde mich das stören dass die ganzen kabel ganzen hdmi kabel und alles dahinter zu sehen sind und damit kann ich reden dass man da drunter gucken kann da achte ich nicht so wirklich drauf dann habe ich auch die schöne fächer für meine controller die liegen da drin die video spiele sind da drin gelandet ja auch der gamecube für mich ist persönlich ist der gamecube übrigens bei the way das soll ich jetzt auch mal abschrauben für mich persönlich ist der gamecube eigentlich die die letzte gute intellekonsole es geht ja nicht um den gamecube die wii switch etc also wie gesagt das ist der stammt hier das was gut ist hier dran das ist übrigens ein grund warum ich die abmontiert habe diese teile der eigentliche grund ist dass der fernseher dadurch ein bisschen zu hoch war vorher war ein bisschen zu niedrig wo ich das nicht hatte also diesen schrank da drauf stehen hatte und da muss ich mal so schräg nach unten gucken wenn ich auf meinem stühlchen davor gesessen habe also auf diesem stuhl hier das ist nur der bequemlichkeit halber das könnt ihr auch weglassen aber dann so ist es halt bequemer und dann war es mit diesen teilen war es dann ein bisschen zu hoch da habe ich diese teile abmontiert und das ein bisschen runter zu senken und jetzt geht das war ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zu faul eigentlich hätte ich auch darauf achten können diese teile hier das also drehen dass das nach unten ist dann hätte ich diese fußteile dann nicht gehabt also diese 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 plastik teile an den seiten aber das ist jetzt etwas was nicht weniger stört ja das ist der schrank ist dieser schrank ist daneben mit dem ps4 spiel mein blu rays da sieht man die xbox 360 die ps3 vermutlich werde ich die irgendwann mal an den anderen bildschirmen anschließen ich mag das nicht mehr zu viele geräte an einem bildschirm anzuschließen das habe ich mir abgewöhnt das gibt dann zu viel kabelgewehre und so ein ganzen kram deswegen habe ich die retro konsum gar nicht angeschlossen wenn ich wirklich meine retro konsole anschließen möchte dann ja dann mache ich das halt so spontan anstatt jetzt hier fünf regale daneben zu stellen um jetzt alle konsolen an einem bildschirm anzuschließen gleich schließe ich die beiden ja an denen da mal anders auch in der 2 1 hdmi eingang da mache ich hatten splitter dran da habe ich einige für und dann kann ich zwei konsolen an einem monitor anschließen logischerweise kann ich die nicht zugleich im betrieb haben und das sollte einem glaube ich einleuchten so das war es auch schon mal schüss bis zum nächsten mal man muss also man kann sie also als schränke selbst zusammen montieren wie gesagt ich mag es einfach nicht das ging auch nicht mit der tür das war übrigens auch deswegen so gelöst weil die soundbar davor steht ich hätte diese klappe also gar nicht aufmachen können mit der soundbar davor deswegen habe ich mich dazu entschlossen die tür rauszunehmen und ganz wegzulassen so das war es aber auch schon bedanke mich mal und sagt tschüss tschüss da hinten die box für die anschlüsse und sowas das habe ich deswegen um mich jedes mal wenn ich eine konsole anschließt den stecker aus dem gerät draußen reinzustecken wenn das durch dieses ja ich stecke es ja noch nicht mal so häufig rein selbst wenn ich es machen würde wenn dieses gerät dadurch kaputt gehen würde ein anschluss dann wäre das nicht so tragisch als wenn das am fernseher passiert so ich bedanke mich mal und bis zum nächsten mal